Oh, da ist ein Krake! Krake? Ja, die Kanonenschüsse kommen von dem Krakenkampf. Der Krake hat gewonnen, schnapp ihn uns! Bewegung! Das ist nur der Krake, nicht mehr das Schiff. Okay, da sind ein paar Backbord dran vorbei. Andere Seite. Oh, aufpassen! Okay, der Schwarzen. Jetzt ist es... ...zog gestoppt. Ich hab getroffen! Ich geh mal eben schnell aufs Ruloboot! Scheiße, aufs Ruloboot! Ich hab ihn angelockt! Nein, warum drehst du dich? Ihr, was machst du? Er ruhe davon, komm! Töten wir ihn erstmal! Wie wär's damit? Gute Idee! Ich bin auf dem Weg! Hier in der ist auch Galeone! Du bewegst dich! Warum bewegst du dich? Er saugt! Ich bin und zwar nicht weg! Ich werd weggetrieben, oder du wirst reingetrieben! Hier, wir sinken, Weiner! Er sagt, dass du jetzt nicht mehr tun! Wie wär's, wenn du an Bord kommst? Ich werd einfach weggetrieben! Ich werd weggetrieben! Ich kann nix machen! Schuhe mal weiter, warte! Wir sind gesunken! Was? Gehst du auch einfach aufs Beiboot, du Idiot! Was ist das Achievement? Meine Fresse, ihr habt... Wir sind gesunken! Toll auch! Ja, was haben wir denn schon verloren? Scheiß auf das Achievement! Das können wir machen, wenn es ein kleiner krack ist! Aber kein Galeonen-Krack!